Guten Tag meine Damen und Herren, das ist Border Laser. Herzlich willkommen bei unserem Stand in der Halle 6 G16. Auf dieser Ausstellung haben wir eine Holaserschneidmaschine T230 mitgepackt. Die ist speziell für Bearbeitung von Hohen mit automatischer Beladung. Darüber hinaus stellen wir in unseren leistungsstarken P3 mit 30 kW Plattlese Schleifmaschine hier vor.